Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeit. Das hören wir oft und ja, auch bei mir. Meine Arbeit wurde auch verändert, wird verändert. Ich profitiere enorm von KI-Tools durch optimierte Arbeitsabläufe, aber auch vor allen Dingen durch neue Arbeitsabläufe und Möglichkeiten. Und heute möchte ich euch einfach mal mit auf den Weg nehmen, euch eine Methode, einen solchen Arbeitsablauf vorstellen und bin mal ganz gespannt, was ihr auch dazu beitragen könnt, rückmelden könnt. Ja, los geht's nach dem Intro. In der ganzen KI-Debatte ist es ja nicht nur wichtig, die Breite der Tool-Angebote zu kennen, sondern ich finde, es kommt ja auch auf den methodischen Einsatz einzelner Tools an. Es geht darum, bestehende Arbeitsabläufe zu optimieren oder gar neue Arbeitsabläufe zu generieren und zu erschaffen. Und da jetzt gerade ein neuer Arbeitsablauf stattfindet, den ich gerade am schaffen bin, dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit und freue mich, wenn ihr mir hier Rückmeldungen gebt, wie ihr das findet, wie ihr die Qualität findet, was ihr anders machen würdet oder ob das alles für die Katze ist, wie man so schön sagt. Konkret, worum geht es? Wir alle kennen digitale Formate. Darunter fallen auch Podiumsdiskussionen, Talk-Formate. Die sind relativ lang. Das ist okay, wenn man dabei ist. Da kann man Fragen stellen, da kann man interagieren im Optimalfall. Denn da stellen wir ja auch Aufzeichnungen zur Verfügung für Personen, die eben nicht kommen konnten. Jetzt zeigen unsere Zugriffszahlen die Zugriffe auf die Aufzeichnung. Die sind sehr gering. Das liegt natürlich daran, das ist eine Menge Video. Teilweise 30, 40, 45 Minuten und die Menschen wissen ja nicht, was erwartet mich da überhaupt. Und es ist dann eher uninteressant, sich das anzugucken. Also wenn das Thema rockt, dann gucken sich die Leute das auch eher an. Aber sie müssen ja erstmal wissen, ist es interessant. Deswegen möchte ich eine Zusammenfassung haben, die interessiert oder die aufmerksam macht und auch anteasert. Konkret, das Ziel soll nachher sein, das hier ist unsere Website, Erwachsenenbildung.digital, wo wir alles dokumentieren. Wir haben ja aktuell eine Talk-Reihe, Kultur wandelt durch Digitalisierung, fünf Teile. Und da jetzt gerade hier der Teil 5 als Aufzeichnung auf meinem Desktop liegt, ja, nehme ich euch einfach mal mit. Das Ziel soll sein, nicht nur die Aufzeichnung im Blog online zu stellen, sondern eben auch eine KI-generierte Textzusammenfassung zum Durchlesen und eine Audio-Zusammenfassung als Art Audio-Podcast. Wobei es mir hier darum ging, eben nicht nur den bestehenden Text vorlesen zu lassen, sondern einen eigenständigen Beitrag zu erstellen. Und wir hören hier mal kurz rein. Höre nun eine KI-basierte Zusammenfassung des Beitrages. In diesem Talk begrüßt Tobias Albers-Heinemann vom Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die AI Person of the Year 2024. Alexandra Wudel, Unternehmerin, Forscherin und Aktivistin, die sich für eine gerechte Zukunft mit künstlicher Intelligenz einsetzt. Und ihr merkt, das ist nochmal eine ganz andere Form von Text. Denn dieser Text, der hier, ich sag mal, gelesen wird oder generiert wurde, der wurde nach der Methode Schreiben fürs Hören generiert. Das ist eine Methode, die aus dem Radio kommt. Denn wir wissen ja, Texte, die fürs Hören konzipiert werden, werden anders formuliert als Texte, die fürs Schreiben konzipiert wurden. Und deswegen sollte hier einfach ein ganz neuer Beitrag, redaktioneller Beitrag auch entstehen. So, wie gehe ich also vor? Ich habe, wie gesagt, hier auf dem Desktop das Video liegen. Und das, was ich als allererstes brauche, das ist ein Transkript des Videos. Also das heißt, das Video in Textform. Hier nutze ich sehr gerne Whisper von der Firma OpenAI. Das ist Open Source, läuft komplett auf meinem Rechner unter Mac, wie auch unter Windows mit ein bisschen Umwege. Da haben wir hier in unserem Blog auch eine Installationsanleitung veröffentlicht. Hier ziehe ich das Video jetzt einfach rein. Ich habe ein relativ gutes Sprachmodell ausgewählt. Und das dauert jetzt so knapp vier Minuten, fünf Minuten, bis das Video komplett transkribiert wurde. Genau, so sehen wir hier den Fortschritt. Für diejenigen, die kein Tool auf dem Desktop haben, hier auch nichts installieren können oder es nicht läuft, gibt es auch eine andere Methode für Transkripte. Und zwar mithilfe von Browser-Erweiterung und YouTube. Also generell, YouTube bietet jetzt ja auch schon Transkripte an, vor allen Dingen, wenn man den Chrome-Browser verwendet. Gehen wir hier einfach mal rein. Und dann gibt es hier unten dieses KI-Symbol, Summarize Video. Oder ich nutze hier noch ein Add-on. Das gibt es für Firefox wie auch für Chrome. Dieses Add-on, das heißt YouTube Summary with Chat, GPT and Claude. Das ist ganz nett. Wenn man das installiert hat, dann gibt es hier bei YouTube-Videos nochmal so ein Button, Transkript and Summary. Und dann klicke ich hier drauf und dann bekomme ich hier auch schon eine komplette Text-Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung ist natürlich akkurater, weil das ein ganz anderes Modell, was hier auch verwendet wird. Und je besser natürlich der Text ist, desto besser auch nachher mein Ergebnis. Aus diesem Text wird nachher ein anderer Text erstellt, nach der Methode Schreiben fürs Hören. Und während hier noch das Transkript erstellt wird, zeige ich euch direkt auch, wie ich das mache. Hierfür benutze ich Chat-GPT, aber nicht das normale Sprachmodell, sondern ich habe hier ein Custom-GPT erstellt für die Methode Schreiben fürs Hören. So, wenn euch jetzt Custom-GPT nichts sagt, dann schaut doch nochmal bei uns im Blog nach. Ich verlinke unten auch nochmal ein paar Videos. Dort erklären wir nämlich, was sich damit auf sich hat. Eigene Sprachmodelle, mit denen wir ganz konkrete Arbeitshinweise geben können. Die können allerdings nur in der Pro-Version, in der Bezahlversion erstellt werden, aber auch in der kostenlosen Version genutzt werden. Wir schauen mal kurz unter die Motorhaube des Custom-GPTs, was sich darunter verbirgt. Das heißt hier, meine Aufgabe ist es, einen vorgegebenen Text nach der Methode Schreiben fürs Hören zu transformieren. Achte bitte akkurat auf die vorgegebene Länge des Textes, die du vorher abfragst, also frag vorher nach, wie viele Zeichen das haben soll. Achte darauf, dass die Position der Diskussionsteilnehmer deutlich wird, wenn du von den Teilnehmern schreibst, verwendest du über Vorname und Nachname. Und dann kommen im Prinzip hier die Regeln von der Methode Schreiben fürs Hören. Das heißt, schreibe kurze Sätze, nutze aktive Sätze, erzeuge Bilder im Kopf, strukturiere den Text logisch. Beispieltext nach der Methode, dann wird hier ein Beispieltext nochmal genannt. Und dann gibt es Arbeitshinweise für Gesprächsaufhänger. Und Gesprächsaufhänger, das sind hier solche, diese kleinen Buttons, die hier dann im Modell schon da sind. Dort habe ich mir zwei generiert. Fasse mir einen Text zusammen oder fasse mir das Transkript des Talks zusammen. Und hier ist auch nochmal so ein ganz kleiner Unterschied zwischen Text und Transkript, weil ich hier auch nochmal unterscheide. Also bei einem Talk, von einem Transkript von einem Talk ist zum Beispiel immer wichtig, die Position der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal hervorzuheben, was ich bei einem normalen Text nicht so habe. So, wir schauen mal. Transkribierung oder Transcribing. Transkription ist fast fertig. Noch eine halbe Minute. Und die müsst ihr jetzt nicht warten, sondern ich überspringe die mit einem kurzen Schnitt. So, das Transkript ist fertig. Und jetzt geht es darum, nach der Methode Schreiben fürs Hören, einen neuen Text zu erstellen in meinem Sprachmodell. Das heißt, ich kopiere mir das komplette Transkript, gehe in mein Kasten GPT, schreibe fürs Hören, fasse mir das Transkript eines Talks zusammen. Jetzt sage ich, bitte 3000 inklusive Leerzeichen. Also bei den Zeichenangaben, ja, da liegt ja manchmal drüber, manchmal ein bisschen drunter. Das ist nicht ganz so akkurat. 3000 Zeichen, das ist so die Erfahrung gegeben, nachher so drei Minuten Beitrag. Von daher ist das jetzt mal so ein Richtwert. Ich bin auch jedes Mal gespannt, was dort rauskommt. Gut, jetzt bekomme ich schon nach dieser Methode einen Text zusammengefasst. Sehe jetzt dann auch, beziehungsweise werde gleich sehen, dass es vielleicht auch einige kleine Rechtschreibefehler auch gibt, gerade bei Namen. So, genau, hier haben wir es ja schon. Christian Götters, der heißt Gotters. Valentin Dunder ist korrekt. Klicksafe ist falsch geschrieben und Deborah Woldemichel auch. So, das muss ich ihm jetzt noch mal kurz sagen. Ändere. Was hat er hier geschrieben? Götters in Gottes Woldemichel. Und es heißt Klicksafe. Wobei der Text wird ja nachher sowieso vorgelesen. Da ist es dann, glaube ich, relativ egal, ob Klicksafe mit C oder mit K geschrieben wird. So, der Online-Talk mit dem Titel That Escalate Quickly. Hast du mal ins Verschiedene und Rätsel? Die Herausforderung, die Hassrede und so weiter. Also fest steht natürlich, ich muss diesen Text redaktionell überprüfen. Weil letztendlich stehe ich ja als Person auch hinter dem Inhalt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass hier ein 100% einwandfreier Text rauskommt. Wie gesagt, ein bisschen Rechtschreibung und so weiter. Und vielleicht auch mal so thematische Schwerpunkte, die falsch gesetzt sind. Genau, dafür stehe ich dann halt einfach auch gerade. Gut, ich kopiere jetzt diesen Text, weil letztendlich wollen wir jetzt ja eine Audio-Datei draus machen. Und dafür nutze ich ein weiteres KI-Tool, nämlich Eleven Labs. Eleven Labs ist somit eins der besten Text-to-Speech-KI-Tools, die ich kenne. Eingeschränkt, kostenlos nutzbar. Aber wer das mehr nutzt, die Tarife, die gehen schon ab 5 Euro pro Monat los. Und hier kopiere ich jetzt einfach mal den Text rein. Und jetzt muss ich natürlich auch schauen, es kann jetzt auch sein, dass ich sage mal jetzt hier so ein paar, ich sage mal Sätze mit drin sind, die jetzt für die Gesamtaussage des Talks uninteressant sind. Die muss ich natürlich dann rausnehmen. Das höre ich dann letztendlich aber auch nur, wenn ich es dann, oder höre ich es, wenn ich es mir dann erst mal anhöre. So, ich sehe hier bei den Texten, die hier rauskopiert sind, die fett waren. Da sind hier die Sternchen davor. Die mache ich mal kurz weg. Und genau, jetzt ist so der erste Check, dass auch alles so von den Absätzen her stimmt. Wunderbar. Dann gibt es hier bei Eleven Laps verschiedene Stimmen, die ich jetzt auswählen kann. Kann mir jetzt hier auch Demos anhören. Ja, ich habe mich aber für die Naomi entschieden, weil die eben, also für mein Gehör eine sehr, sehr angenehme Stimme auch hat, auch von der Höhe und der Stimmfrequenz. Also ich wähle die dann aus, klicke auf Generate Speech. Ich sehe es in 3126 Zeichen. Maximal 5000 kann ich jetzt in Audio umwandeln und kann dann jetzt auch live sehen, wie weit das ist. Der Online Talk mit So, 13 Minuten, 30 Sekunden, 40. Das wäre wahrscheinlich so um die 3 Minuten gleich werden. So, ist bei 3 Minuten angekommen. Jetzt müsste eigentlich gleich fertig werden. Jawohl, 3 Minuten 29 und ich kann mir die Datei jetzt einfach als MP3 dann jetzt hier auch runterladen und den entsprechenden Namen geben und zur Kontrolle auch nochmal kurz anhören. Der Online Talk mit dem Titel That Escalated Quickly Hass und Meinungsverschiedenheiten im Netz drehte sich um die Herausforderungen, die Hassrede und Anfeindungen im Internet für die Demokratie. So, jetzt sehen wir ja, das ist jetzt im Prinzip nur eine Stimmspur, eine Audiospur von der Naomi, die hier vorgelesen hat. Ich habe aber auf der Website eine kleine Einbettung, dass es ein bisschen Podcast-Charakter hat mit einem Intro. Vor allen Dingen wird ja vorne dran ja auch hingewiesen, dass es eine KI-generierte Zusammenfassung ist. Da finde ich die Transparenz auch sehr wichtig. Und hier gibt es jetzt verschiedene Audioprogramme, mit denen man das einfach machen kann. Ich benutze hier GarageBand. Das gibt es für die Mac-Systeme kostenlos ja mit dazu, aber ansonsten geht das mit jedem Audioprogramm. Order City ist zum Beispiel da auch wirklich auch sehr, sehr gut, auch kostenlos nutzbar. Und ich habe jetzt hier so eine kleine Maske erstellt. Hier oben, das ist so dieses Intro. Höre nun eine KI-basierte Zusammenfassung des Beitrages. Der Ton ist hier die Stimme und die Hintergrundmusik. Und hier kann ich jetzt die Stimme einfach austauschen. Hinten noch die Musik ein bisschen anpassen. Das Outro dran setzen. Das ist nochmal so die Musik. Das ist die Lautstärkenanpassung. Das ist aber im Prinzip Spielerei. Ich meine, wie sagt man so schön, das tut nicht Not für das Ergebnis. Aber ja, es sieht halt aus. Noch mal kurz Kontrolle. ...nehmen müsse, um demokratische Werte auch im digitalen Raum zu verteidigen. Okay, wunderbar. Dann kann ich mir das Ganze hier abspeichern. Und habe dann die fertige Audiodatei auf dem Desktop. Höre nun eine KI-basierte Zusammenfassung des Beitrages. Der Online-Talk mit dem Titel That Escalated Quickly – Hass und Meinungsverschiedenheiten im Netz drehte sich um die Herausforderungen, die Hassrede und Anfeindungen im Internet. So, jetzt geht es in einem nächsten Schritt da drum. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja die Aufzeichnung, die ich online stelle. Ich habe den Audio-Beitrag. Ich möchte aber noch eine Textzusammenfassung auch machen. Es gibt ja auch Menschen, die sind unterwegs, die wollen da nichts irgendwie mit tun. Und die wollen sich das Ganze dann per Text auch anhören. Und hier habe ich mir auch ein weiteres Custom GPT erstellt. Einen Style Guide. Und die Aufgabe von diesem Style Guide ist, meinen persönlichen Schreibstil zu erkennen und diesen zu imitieren. Ja, das heißt, ich habe dort, wir können hier in jedem Custom GPT die Datenquelle vorgeben mit verschiedenen Dokumenten, PDF-Dateien. Ich habe jetzt hier Artikel, Beiträge von mir hochgeladen und habe im Groben die Order gegeben, erkenne diesen Schreibstil und imitiere ihn. Und ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht und könntest euch gerne hier nochmal anschauen. Das heißt, ich gehe hier nochmal kurz in das Transkript rein, kopiere es mir. und sage, ich möchte eine Zusammenfassung von einem Online-Talk schreiben über 500 Zeichen. Doppelpunkt, hier bekommst du das Transkript. Naja, ein Doppelpunkt ist nicht so schön. Dann kopiere ich das Transkript hier rein. Auch hier sind jetzt die Initiativen falsch. Das sind auch, ja, 500 Zeichen. Das ist natürlich blöd. Ich wollte 500 Wörter haben. Ich meinte natürlich 500 Wörter. Und jetzt kann ich auch diesen Punkt mit den Namen auch noch mit eingeben. Andere Götters in Götters. Und die Initiative heißt Klicksafe nicht. Und jetzt bekomme ich eigentlich auch mit relativ wenig Aufwand eine textliche Zusammenfassung. Und natürlich muss ich jetzt auch hier schauen, dass die, ich sage mal, Inhalte auch gut wiedergegeben sind. Das ist natürlich ganz klar. Das liegt in meiner Verantwortung. Ja, aber ich habe im Prinzip einen Text, der auch so etwas mal wie eine persönliche Note auch von mir hat und auch meinen Schreibstil, das Ganze auch zusammengefasst. Ich finde, dieser gesamte Workflow, das war jetzt insgesamt jetzt eine halbe Stunde, die ich jetzt da dran gesessen habe. Ihr habt es ja auch im Live-Modus jetzt auch mitbekommen. Und das erspart mir enorm viel Zeit. Und die KI, die hilft mir jetzt auch wirklich dabei, auch neue Ergebnisse jetzt zu bringen. Also nicht nur das, was vorher war, jetzt digital anders zu machen, sondern es auch zu erweitern und neue Formate, Audio-Podcasts zu erstellen, Textzusammenfassungen und wie auch immer. Und ich finde, da haben wir einfach ganz viel Möglichkeit zu experimentieren, welche Methoden wir wie auch immer verändern. Und da braucht es einen Diskurs. Und da bitte ich euch auch einfach, ja, auch mit in diesen Diskursen beizutreten. In diesem Sinne, lasst das erstmal sacken. Schaut, hört euch vielleicht die Ergebnisse auf unserer Internetseite mal an. Und dann, ja, meldet mir einfach mal zurück, wie ihr die Qualität vielleicht findet, was ihr nicht so gut findet. Bin sehr, sehr offen für Kritik, für eure Meinung. Und wünsche euch dann eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.